Herzlich Willkommen zu DIVE TV. Bei mir heute Thomas Christ, der Marketing Manager von Atomic Aquatics. Und bevor ich dich mal richtig begrüße, Thomas, keine Angst liebe Zuschauer. Unsere Klimaanlage ist nicht ausgefallen. Warum er so aussieht, wie er aussieht, hat einen Grund, denn das, was du anhast, darum geht es. Es ist also kein Schlafanzug, obwohl sie gesagt haben, ihr hättet hier die schönsten Betten, die man hier unten in der Nähe von München finden kann, sondern es ist ein Teil unseres SB Unterziehersystems, nämlich der erste Teil, den du direkt auf der Haut trägst. Was für Material ist das? Das ist jetzt ein Polartec Power 3, also sprich, das ist speziell die Feuchtigkeit, die entsteht, weil auch wenn du im kalten Wasser taust, trotzdem entsteht Schweiß auf der Haut und der muss wegtransportiert werden vom Körper. Dafür ist dieses Material zuständig, was also die Feuchtigkeit aufnimmt von der Haut und nach außen wegtransportiert, bis dann irgendwann die zweite Schicht kommt, bis hin zum Anzug sozusagen. Zweite Schicht Midlayer haben wir hier an dem Ständer und liebe Zuschauer, wir machen jetzt mal so einen Zaubertrick und bis sie es merken, ist der Thomas nämlich in der zweiten Schicht. Ja und Simsalabim ist er schon im Midlayer. Ja, jetzt wird es mir auch schon schlagartig warm, weil ich jetzt das wärmende Oberteil sozusagen inklusive Hose an habe und da siehst du schon, währenddessen hier der Einteiler hängt, den wir auch in 16 verschiedenen Größen für Herren anbieten, kann es ja immer noch mal passieren, dass die Figuren doch so geschnitten sind, sage ich mal, dass es dir lieber ist Unterteil und Oberteil getrennt zu haben. Vor allen Dingen bei vielen Mädels ist das so, weil die im Gegensatz zu Kerlen beim Toilettengang ist ja immer noch eine andere Nummer und damit die sich nicht obenrum komplett ausziehen müssen, ist natürlich eine getrennte Hose zum Oberteil viel angenehmer, weil es oben dann noch warm bleibt. Ja, das stimmt. Ansonsten ist bei diesem Material gegenüber Sinsolid der riesengroße Vorteil, dass es atmungsaktiver ist und vor allen Dingen in der Tiefe es sich nicht zusammen kompromiert und sozusagen dann auch Wärmeisolierung verliert. Das heißt, es wärmt gleich, ob man jetzt oben oder in der Tiefe ist, spielt keine Rolle. Es ist angenehmer zu tragen, du hast viel mehr Bewegungsfreiheit, wenn du irgendwelche tauchrelevanten Griffe machen möchtest und es trocknet extrem schnell und kannst ganz normal bei 30 oder 40 Grad mit Feinwaschmitteln in die Waschmaschine zack, zack, sauber, je nach Sonneneinstrahlung zwei Stunden später wieder trocken. Wunderbar und die Männer aber, ich stelle mir trotzdem einen Gang zur größeren Toilette, die macht man dann vorher oder muss man unterdrücken, wenn man jetzt diesen Cat-Suit da anhat, overall. Ja, das sollte man dann schon machen oder man muss dann wirklich in den Sachen Apfel beißen, wenn es draußen wirklich bitterlich kalt ist und man nur ein Plumpsklo haben sollte, dann muss man das Oberteil halt komplett runterziehen und dann. Okay, und hier hast du noch eine Weste? Ja, für die Leute, denen das immer noch nicht langt, die haben dann immer noch die Möglichkeit, eine zusätzliche Weste drüber zu ziehen. Die habe ich jetzt auch mal in 3XL mitgebracht. Nein, danke. Da bräuchte ich noch ein bisschen, bis das passt. Also, dass man einfach mal sieht, was für Größen wir einfach anbieten und dass es so gut wie keinen Taucher gibt, den wir nicht so einen Unterzieher verpassen können. Wunderbar. Und da drauf kommt dann quasi... Jetzt geht es in den Anzug rein, das heißt, es gibt auch noch passende Socken natürlich dafür, die man jetzt drüber ziehen würde und dann direkt in den Anzug rein und dann kann es losgehen. Wunderbar. Thomas, vielen Dank für die wunderschöne Demonstration und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.